ja 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 und damit herzlich willkommen zurück meine lieben freunde willkommen hier bei mini kraft ich gehe mal schlafen ja beim letzten mal haben wir jetzt angefangen das dach zu basteln was uns ja noch nicht ganz gut wenn ich ganz gelungen ist weil uns da eindeutig das weizen fehlt das problem ist jetzt dass wir da viele knochen mehr brauchen deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die farm runter vielleicht mit einem etwas leeren inventar habe ich gerade lachs ich war jetzt gar nicht cool jetzt sind wir gleich wieder ja und sollte vielleicht team aus ich habe immer noch 12 fps was geht denn hier schief ich habe jetzt gerade steam und lol ausgemacht das habe ich mir auch schon mal angehabt aber so wie habe ich nur 15 fps 20 jetzt okay vielleicht hat sich die welt gerade noch erinnert hoffentlich wird es mehr gleich was geht denn hier ab ja nachdem ich gestern ewig und dreifach noch ich komme nicht drauf wie nennt sich das isoland isoland aufgenommen habe muss ich heute an minecraft dran denn mir fehlen noch ganz also 12 folgen minecraft in dem wohlverdienten ruhestand erhalten bis ich in urlaub fahren kann und ich habe hier in israel schon angekündigt ich fahre jetzt vom samstag zum nächsten sonntag nach necklenburg vorpommern und zählte da eine woche in dieser zeit wird der wolke die gett displays veröffentlichen die ich jetzt schon mal vornehmen muss das lustige ist ja dass das in zwei tagen ist und ich habe da überhaupt nicht richtig dran gedacht und jetzt muss ich natürlich loslegen naja der wolke wird die folgende hochladen nimmt mich übel wenn man einen tag lang nichts kommen sollte dann wird er wahrscheinlich zu hause sein der wolke macht das da auch nur gezwungenermaßen weil ich da auch kein internetanschluss hätte um das irgendwie zu machen ich zudem besitze ich auch kein internetsticker oder irgend sowas und da ist für mich momentan keine möglichkeit da irgendwas selbst zu machen deswegen macht der wolke das gezwungenermaßen so haben wir den ohr ohhh 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 das muss ich doch gerne ey ohhh was ich verrückt nein niemals ich habe noch ein bisschen spinnen wolle ich habe noch was dazu machen ich habe noch ein bisschen wolle machen ich habe noch ein bisschen wolle machen und begutachten mal die situation hier noch was drinnen oh cool hier sind drin Stein Stein hier sollte mal Verzauberungstisch reinkommen das wäre schon Option achso ja so wird das wir denn zum Besicht so dann warten wir mal ganz kurz hier bis die ersten Günter Lieden sich nach unten verabschieden da kommt wir haben nicht ewig Zeit glaube ich da ist die erste Spinne schon die schon mal gefallen ist oder ich weiß es nicht auf jeden Fall noch eine dann springt er wieder hoch darf doch gerne unten bleiben die Dorline super genau so macht man das jetzt kommst du mir hier entlang jajaja oh tschüss weg esse lalalalalala doch was denn so sein das was da oben runter kommt ist ja gerade sehr wenig musste ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen aufbauen Hallöchen Leute ah da kriegt es die ersten Leute runter das ist super das ist super ja ich glaube ich spinne na komm so gehe ich mal nach unten schnapp mir einen Bogen aber wir haben gar keine Pfeile hier gell hm hm das ist suboptimal ich nehme das da mal noch mit ich nehme das da mal noch mit ich muss ja irgendwo Pfeile haben ach komm ich habe da welche was will ich denn nehme ich den am besten dafür boing 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 ja stopp 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 die brennende Pfeile regt mich etwas auf aber nur etwas da haben wir noch ein paar Pfeile jetzt wieder ähm warte mal so dann kommen die neuen Dinger gleich dahin ich habe noch bisschen Wolle guck doch bitte Leute verfailt soo boah ich nehme auch noch nicht hier na na noch ein paar müssen die Pfeile auch mal ausbauen au der bleibt komischerweise oben Headshots in Yanni okay kommt noch einer los na wer will noch wer hat noch nicht ich treffe mich auch von hier hinten glaube ich na 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 hi 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 na da ist mal hat geklappt sa ma trepst du ma du mit die stehen ich glaube es auch gleich okay das nehmen wir wieder alles mit hier und so davon hui so ein bisschen Wolle so genau soll das bereich das passt schon hier soll ich übertreiben jetzt ich habe den Schlagbogen wenn ich auch mal behalten das ist ganz cool der ist nicht so teuer wie unserer und den anderen brauchen wir vielleicht für was anderes mal die russi kommen wow ich weiß noch nicht ob die mit Pfeilen damals geschossen haben aber wenn dann hätte es genau so auszusehen und nicht anders hoffen wir mal wieder bis Sand 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 kennt ihr den Fersand der aus der Ferne oh mein Gott ich wollte ihn nicht zuschließen aber okay ähm ich würde nach Sand schauen ob ich Sand dabei habe ich sage hier Ein bisschen TNT gemacht, gehen wir mal schlafen kurz Machen wir uns mal eine Diamantschaufel mal wieder Weil die haben wir ja gar nicht mehr Leichtig Steuerungsprobleme hier So Hops, Hops Ist das gerade schon wieder, es kann doch gar nicht sein, was ist denn los heute Sollte reichen fürs Erste, oder? Ja Ich frage gar nicht, was die Kuh hier macht ich muss gleich mal gucken was da los ist warum das so lax das fällt ja aber gut bestücken das ist ja hier das ist ja eine Qual das hat ja nichts mit dem spielen zu tun gerade so bis gleich wieso da bin ich wieder wir sind jetzt bei 11 fps 12 fps also ich könnte zur not weiß nicht was das gerade ist ich könnte zur not den shader aus dem aber ihr habt es ja ihr wisst ja das ist nicht am shader liegt weil wir nehmen ja schon eine ganze weile mit shader auf hallo da mal trampelst du mir mal nicht auf den weg ok es geht mir jetzt schief ach das liegt nicht am shader ich trotze immer wieder dasselbe scheiß das sieht ja nicht am shader ich bin ja wieder zu blöd gewesen die hühnerfarben auszumachen mein gott hirn wenn du hab wow was geht denn hier ab was geht denn hier ab gott wenn du hirn verteilst bitte triff never nicht damit ah sterbt scheiße m sie hirn bin hier h du in hッ Jetzt ist die Hüderwucht, ja, wunderbar. Dann guck mal, jetzt anfangen die Viecher zu so schnell zu. Okay, da hast du gestorben. Dann kann man auf ein Schwert gucken, dann sieht man wahrscheinlich, wie es Rasant abreißt. Wow, 8 FPS. Geschwindigkeit. Ich habe gestern wieder vergessen, die Hüderfalle auszustellen. Wow. FPS ein Brüschu. Immer noch bei stabilen 8 FPS. Großartig. Alter, 440 Level. Oh, wir sind bei stabilen 7 FPS mittlerweile. Toll. Hey, es macht richtig Spaß. Alter, ich bin schon zweimal Level 30 zusammen. Holy shit. Kennt ihr den Sinn? Holy shit. Oh mein Gott. Ey, da waren gerade mal neun. Da waren neun. Ich hab die neun gesehen. Neun FPS. Yeah. Oh yeah. Junge. Und gleich sind wir Level 30. Ohlalalalalala. Ich glaub ich warte mal ganz kurz. Bis die Leute hier aufgefüllt haben. Das ist nämlich Level 29. Oh, das sieht stark dann aus, wenn wir Level 30 schon erreicht haben. Ja, da ist Level 30. Und wir sind bei 10 FPS wieder.